Audi präsentiert auf dem Pariser Autosalon den neuen TT Roadster. Seine Merkmale? Stoffdach, geringes Gewicht, kürzer als der Vorgänger und bis zu 310 PS stark. Und genau wie das Coupé bekommt der neue Roadster ein verschärftes Design. Plakativ? Der dreidimensional herausgestellte Single-Frame-Grill und die direkt daran anschließenden Scheinwerfer. Dank des modularen Querbeerkostens des VW-Konzerns konnte das Gewicht gesenkt werden, was die Fahrdynamik erhöht. Die stärkste Version ist serienmäßig mit Allradantrieb ausgerüstet und schafft den Sprint von 0 auf 100 in unter 5 Sekunden. Die Pariser Messe ist sehr wichtig, weil es ist eine der wichtigsten Messen in Europa. Sie wechseln sich immer ab mit Frankfurt. Paris ist immer in den geraden Jahren, Frankfurt in den ungeraden Jahren. Deswegen ist es für uns sehr wichtig, um zu zeigen, was wir in Arbeit haben, wie es bei uns weitergeht, nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Ein schneller Sportwagen mit vier Sitzen und fünf Türen? Das ist der TT Sportback Concept. Das Exterieur des Showcars zitiert die Formensprache des klassischen TT und entwickelt aus ihr eine neue, gestreckte Skulptur. Er fasziniert mit seiner Power von 400 PS. Den Sprint von 0 auf 100 kmh erledigt das Showcar in 3,9 Sekunden. Das aufwändige Fahrwerk und der tiefe Schwerpunkt sorgen für dynamisches Handling. Die Karosserie besteht aus vielen leichten Aluminium-Komponenten. Das ist ein viertüriger Sportwagen mit vier Sitzen, aber auch vier Türen. Das ist also sehr gut zugänglich. Das Besondere ist, es ist ein Fahrzeug, das orientiert sich an der ikonischen Designsprache des TT. Ist also sehr gut identifizierbar als zur TT-Familie gehörend. Hat aber sehr gute Gebrauchseigenschaften für jeden Tag. Das heißt, es hat eine große Klappe hinten. Für kleine Familien gut zugänglich, weil man die hinteren Türen hat. Man kann auch Kindersitze montieren. Sodass also die sportliche Familie, der sportliche Fahrer, der gerne so unterwegs sein will, aber trotzdem die Familie mitnehmen kann, hier ein sehr gutes Angebot finden könnte. Sportliche Limousinen bestimmen das Programm von Audi. Dass Fahrspaß und Effizienz einhergehen können, zeigen die Ingolstädter mit der Bezeichnung Ultra für die sparsamsten Fahrzeuge der jeweiligen Baureile. Der Audi A6 gehört zu den weltweit beliebtesten Business-Fahrzeugen, besonders als Avant. Dieser Audi A6 Ultra hat einen 2-Liter-TDI-Motor und kommt mit einer Tankfüllung 1.700 Kilometer weit.